Wir haben uns was ganz besonderes ausgedacht. Wir haben nicht gesagt, Gino Maria Kretschmann designt für eBay und es gibt eine 20-teilige Kollektion oder meinetwegen eine 12-teilige Kollektion und wir setzen mehr oder weniger unseren Nutzern und den Fans von ihm die Designs, die Styles vor die Nase. Nein, wir lassen unseren Nutzer selber entscheiden. Dass die User die Chance haben, die Kollektion auch zu bewerten und dann sagen, okay, das sind die Teile, die ich will. Ich glaube, das ist was ganz Neues. Ab 10.04. kann man abstimmen, welche Artikel einem am besten gefallen und nach zwei Wochen wissen wir, welche weiteren elf Teile am meisten bewertet wurden. Am Ende kommen diese Artikel in die Produktion und die sind am 28. Juni bei eBay exklusiv zu kaufen.